Klick hatten dann auch ich habe der cpa geschickt das 6 da hat er mit in die Zukunft sein die Kürze es wird sich doch durch das was klauen die Sattel ich konnte uns nicht bei angeflogen ich weiß ein bisschen zu viel davon kann sein ich habe einen tor aus dem zeug gebaut hast du mir lassen jetzt eigentlich schon fertig ich muss also höhentechnisch ja aber er braucht noch farbe und glas und warme innenbeleuchtung kalt wäre auch ganz schön gemein so felix du wolltest du von gläubig auch noch etwas sagen oder ich wollte sagen der hatte von wir hatten noch ein wie zwei themen die wir gesagt haben alles klar erst in aufnahme was mir zum beispiel ich bin jetzt bei meinem bruder seit er jetzt donnerstag und bin seit montag oder dienstag ich glaube dienster sind oder montag dienster auch keine auf jeden fall hergefahren und sind dann auch gleich noch einkaufen und er will wir stehen an so einem imbis hier beim einkaufscenter und dann kommt gegenüber sind tabakwarenladen gewesen und kommt da so ein kleines kitty an so zwölf jahre oder 13 jahre oder so wir haben ja die pickel in der fresse und sagte könnten sie mit der tue an die walle entschuldigen sie könnten sie wieder drüben bitte zigaretten kaufen nein wissen sie mal den der fragen mein bruder der würde vielleicht machen aber ich denke mal nicht wieso durch ja weil das ist wahrscheinlich nicht machen wird so ich ihn können sie dazu überreden fragen punkt ja mein bruder guckt die zwei sekunden an verpiste ich die schilder sind wie wird mehr gut ich denke ich kann eure meinung schon dazu denken kenne ich ja nun schon bisschen er will wird wie steht ihr denn dazu wenn so eine kleine kinder ich fragen ja scheiße warum tut man das weil sie auch cool sein wollen ich meine hier auf dem black city t ist es auch so ein 15 jähriger der kifft auch wenn man wo du was dann hat ich weiß noch damals Prozent meinen alten Battlefield Clan ist keine Stufe runtergefallen da wenn die Königin nicht leiden der hat ständig in der Bombe zu Melle richtig schlimm wenn ich nur Bomben sondern auch die sie hat andere es ist eine Axte Marsch zwei Treppen liegen da unten der Dinge connected die ganze Zeit zu sein die doch nicht okay stattdessen für Füße und ruhig habe ich ja kein falschen mehr also Felix ich habe vorhin auch bei Battlefield ausprobiert ob ich da vielleicht auch aufnehmen könnte ja deswegen habe ich auch gesagt mit 24 fps ruckelt er da trotzdem recht wenig 24 fps das ist ein und reißig im Schnitt muss ich die Tür wurden wirklich dauerhaft auflassen wäre vorteilhaft glaube ich auch warte hier sind Zepplings Zepplinge tue ich denn damit ach so ja ja werf wie her und dann pflanze ich die so nochmals nicht auf Sammeln oder sind doch so wenig okay sind das denn bütsch bütsch und stecken sie sich nicht haben sie doch fail und wie fehlen mir normale Zepplingteile von normalen Holz was ist vielleicht normales Holz naja das hier das ist wirklich erst mal hochstecken müssen wir bauen aufzubauen und ich kein Bock darauf hat deswegen dass sie das stehen und warte bis der nächste Baum wächst ach eiche brauchst du reichensetzlinge nötig was geht wieder auf t so mädchen vorhin bei einem nein Kumpel nicht in den Schwerf hübsch 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 das ist nicht ja kürzliche g mit einer Art Kurs zu der Kreditung also dass hier noch der Bogen der Bogen und nur ich will zu werfen kann zu mir findet die Beine ist ein vor Ort die Tiete ist ein deutlich ich werde an der dann nämlich schon zum aufhören jetzt ist das ja alles das kann aber jetzt schon drunter weiß er noch damals auf browser live felix es hat noch als die ganze wand oh du wachst ich weiß noch dass diese scheiße wo man hier fahren konnte alles ne das ganze scheiß wie ich jetzt hier ja du findest da nix ne ne findest nix über schweizer käse leute ja leider sagen leider aber dann kann man mal nix ändern das ist nur mal so ne irgendwas jetzt noch gewesen so bei den dacharbeiten alter davon krampfen egal ich meine ich hätte das haus gekriegt da irgendwie trotzdem war kacke verderbe kacke das scheiß dach dazu bauen alter wie lange ich daran gesessen habe diese scheiß teil zu bauen schon alleine hat ewig gedauert es wird setzen wir den einfach mal dahin um dazu überbrücken ja klar ich kann zum hoffen felix er pflastert gerade eine ganze wand mit feuerpfeilen die ganze wand machen was er vielleicht dauerkrieg ich machte wer das nicht ach so dass man ist ja wieder wenn man sich von drinnen und feuer ist mit einem warmen Bruder du Prozent ja um etwa für euch schon noch sagen ich komm nicht drauf keine Ahnung ach so um da drinnen der Ende nur so das hat irgendwie über zwölf stunden fast zwölf stunden da kannst du den es war nicht wenig nee das war durchaus nicht wichtig nicht wenig richtig was war das dreieinhalb stunden ja 336 also wenig ist natürlich auch nicht sie finden hohstoffe nicht wie ich ich bin ich bin eine Stunde rumgelaufen ich habe nicht ich habe nicht irgendetwas gefunden dafür war ja der ich glaube ich gerade der mega ollie den er auch schon im video gesehen hast da der hat mir ein bisschen holz gegeben und dann der so komisch umgelegt hat weißt du wo mich im intro gesagt habe und er ist schön am lecken nirgendwo was normalerweise ist er denn nicht mehr im Qualitätsbereich weißt du aber hälter schweig das Problem ist einfach nur bei um oder warum ich gemacht habe ist halt nur weil er mir halt geholfen hatte damals ich weiß damals ich hätte mir mal geholfen und boah wie ich hier nix sehe zu dunkel ja ja ich lasse mir den Spruch lieber den ich gerade fast gesagt hätte oh man können sie nur einfach mit sensieren würde ich das ist mir viel zu viel aufwärts ich glaube jetzt sind zwei eisen aber keine kohle hast du Glasscheiben dabei? meinst du mich? ne den neben mir ne den uns schauen genau den, keinen anderen brauchst du Glas? naja nicht so dringend dass du das jetzt unbedingt holen musst aber ich hab's auch noch unten so ist es nicht ich hätte es sonst geholt also sonst hättest du erstmal Faulheit und so ja aber du spielst gerne den faulen Sack das weiß ich doch ja deswegen hab ich auch gefragt so sieht extrem scheiße aus mit dem Stein noch dazwischen wo möchte ich den Stein nennen? ja das ist jetzt kacke ich weiß nicht genau wie ich das machen soll alter es gibt's nicht ständig fall ich hier runter ich hab nur noch anderthalb herzen Zeit was zu essen alter alter ich bin schon fast durch hier vom ganzen runterfallen stein stein brett ja komm egnet echt hab ich vielleicht ausgemacht wenn mir regnet es auf jeden fall nicht äh Glasscheiben oder Klaas? ja ich hab ich selber selber keine sorge aber ne und so ach so du bist ja eine andere Welt dabei aber ja was ne ganz andere Welt ne jetzt muss ich erst mal auslegen hier ne ich hab dir TPA geschickt ach so ja äh kennen wir das Problem ne aber lieber so als du nicht den Chat mitlesen zu müssen richtig das ist schlimm die ganze Zeit den Chat mitzulesen ganz ehrlich vor allem hier sind jetzt 160 Leute oder so drauf so wie ich das vorhin gesehen hab das ist da brauche ich nicht die ganze Zeit auf den Chat gucken ganz ehrlich da ist ein bisschen viel so du kommst raus komm da hin komm da hin so immer den dp an so jo sofort hab ich euch beide jetzt eigentlich damit angenommen ne haha da musst du noch haha ähm sie jetzt drauf warten hihihi das heißt da hab angenommen Moment hier ein bisschen Zeug dass du gebrauchen getrüst eventuell danke ich hab los und gesehen iiii russon russon iron leggings oh rüstung mhm was ich nicht alle schenken ich hab so ein bisschen selber erfahren junge Eisenschwert mal die lange macht die räumen bei so diesem normalen weisen bên den was er hat ihr letzten wochen so gemacht Prozent da wirst du nicht viel Prozent also kämeweise ist eigentlich schon aber egal ja was ich so großartig gemacht habe ist eigentlich nur gezockt aber klar kenne ich ja Alter ja kann ich ja probieren Ah, kannst du mal aufhören damit? ich finde das ist schick das hat Stil, das hat nicht jeder, ne? ja brennende Pfeile frei Haus ja, ein Sebenad frag gar nicht erst was ich da gar nicht versucht habe oh Gott war schlecht ich habe nicht gefragt ne, ich meine die Zuschauer oh man gut ne, sieht immer noch kacke aus kann ich wahr sein nimm doch, äh, das was ich dir gegeben habe dieses, äh, Stein, was war das, ne? ja, ne, will ich irgendwie, ne? ja, bakschstein ja, bakschstein bakschstein